Wenn du in Zukunft einen Schein ausgibst, dann machst du folgendes. Du bist an der Kasse dran und wenn du dran bist, gehst du hin und gibst den Schein hin, guckst ihn nochmal an und sagst du, mein Freund, ich wünsche dir eine gute Reise und wenn du wiederkommst, bring viele deiner Freunde mit.